Jawohl, Heiliger. Wir haben Ihre Kommandozentrale erobert. Habt ihr herausgefunden, wie Sie mich aufhalten wollen? Nein, noch nicht eben. Sieh! Meister! Gut gemacht, Chief. Die Bombe ist scharf. Wir bewachen den Ausgang. Ein Serviceaufzug im Hangar. Nach unten und durch die Höhlen. Komm zurück! Vor euch liegen große Entbehrungen und Prüfungen. Die Bombe ist scharf. Aus euch werden wir die Besten der Besten machen. Es bleibt nicht mehr für Zeit. Schauen Sie den Aufzug. Dieser Ort wird euer Zuhause sein. Dieser Ort wird euer Grab sein.